Hallo YouTube, Trey und Titek hatten wohl mal Beef, aber ich habe mir das nie angeguckt. Und heute schauen wir uns mal das Take Du willst Beef gerne an. Vielleicht muss ich hier tapfer Trey's Ehre verteidigen. Meine Feministen-Fäuste sind hier, ja, rein da. In Wochen und Monaten habe ich schon eine Menge Bullshit und Lügen über mich gehört, aber Trey mannt belegt wirklich Platz 1 mit den dümmsten Lügen über mich. Ist das, hä, aber das, was passiert jetzt? Warum ist Kaiser zu sehen? Warum passieren diese Dinge gerade? Was? Aber dann hat er halt solche Aussagen gebracht wie, yo, Titek, dass er, bevor er sich mit den Frauen trifft, wenn er jetzt ein Date hat oder so, bevor er sich mit den Frauen trifft, dann schickt er ihnen, was hat er gesagt, schickt er ihnen seinen Strafregisterauszug oder irgend so ein... Okay, Trey man belegt Platz 2 mit den dümmsten Lügen über mich. Jedenfalls hat er nämlich ein Video gegen mich gemacht, wo er mich beleidigt, Vermutungen als Wahrheit präsentiert und er hat gezeigt, wie wenig er in der Lage ist, Dinge zu verstehen. Aber labern wir nicht so lange drumherum und gehen direkt rein. Wisst ihr, wer mir so richtig auf den Sack geht? Jeder weiß das. Menschen ohne Internet und deren Omas wissen, wer dir so richtig auf den Sack geht. Feministen? Das hast du sehr deutlich gemacht in der Vergangenheit, wer dir auf den Sack geht. Und tatsächlich meine ich an der Stelle nicht Frauen, die gehen ihm auch ziemlich krass auf den Sack. Er hat eine gefühlt 40.000 Videolange Reihe über Frauen gemacht. Ja, direkt zwei Lügen innerhalb der ersten 47 Sekunden. Damit hast du meinen Rekord sogar um Längen überboten. Hat er jetzt die 40.000 wörtlich genommen oder was weiß ich? Check die Lüge, nehme ich von Trey gerade nicht. Erstens, nein, Frauen gehen mir nicht auf den Sack. Du willst mich hier nur als Frauenhasser darstellen. Nein, das schaffst du ganz allein selber. Schau dir deine 15 Videos nochmal genau an. Das noch auf eine ekelhaftere Art. Oh, das war noch vor dem Teilschuld-Video. Ja, 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 ja. Ne, also ich würde mich, also die Aussagen, die getroffen werden, sind extrem frauenfeindlich. Ja, dem würde ich zustimmen. Das ist keine Lüge, das ist einfach das, was sich anhand der Aussagen ableiten lässt, dass diese relativ viel Frauenfeindlichkeit beinhalten, ja. ...weise als TJ das damals bei mir versucht hat. Er hat es nämlich einfach nur impliziert, indem er Kontext weggelassen hat. Aber du, du sagst straight up, mir würden Frauen auf den Sack gehen. Zweitens, ich habe keine Videoreihe über Frauen. Ich habe eine Videoreihe gegen den radikalen Feminismus. Na, eigentlich nennst du Feminismus allgemein. Du hast niemals von Redfams gesprochen, das ist eine eigene Sparte. Und sie definiert sich eben genau über einen radikalen Fokus, dass es halt eben nur um bestimmte Inhalte geht. So heißt es eine Reihe aber nicht und so sind die Videos auch nicht formuliert. Daher ist das jetzt eine, ja, etwas Framing des eigenen Handelns. Für dich alle Frauen radikale Feministen. Du dreckiger Sexist. Wie kommt man... Oh, es wird direkt geschutet. ...darauf eine Videoreihe gegen den radikalen Feminismus als Videoreihe über Frauen zu bezeichnen. Es ist keine Videoreihe gegen den radikalen Feminismus. Wir haben jetzt fünf oder sechs Videos aus dieser Reihe gesehen. Nicht in einem. Viel das Wort radikaler Feminismus. Nicht in einem dieser Videos. Wir haben hier nur zwei Möglichkeiten und keine davon lässt sich gut aussehen. Erstens, du hast das absichtlich gemacht, weil du mich als Frauenhasser framen willst, weil du einfach ein ekelhafter Mensch bist. Zweitens, du hast das nicht absichtlich gemacht, du bist aber scheinbar dumm wie drei Meter Feldweg. Kannst... Junge, das wird ja richtig persönlich. Du musst dir jetzt eins aussuchen. Viel Spaß. Kurz darauf kommt dann auch schon... Bumm, viel Spaß. Und die dritte Lüge. Wir halten also fest, TJ hat T-Kack aufgefordert, doch mal zu reflektieren. Als Meinungsblogger, der maßgeblich seinen Content darauf aufbaut, andere Menschen zu kritisieren und diese dann, so hoffe ich doch, zur Selbstreflexion zu bringen, wurde dazu aufgefordert, doch mal selber in sich zu gehen und zu reflektieren, warum er gerade zur Zeit so stark gehatet wird. T.J.'s Intention war nie, mich wirklich zur Selbstreflexion zu bringen. Er wollte mir nur ans Bein pissen, damit es ihm besser geht. Denn zu... Da war noch was mit T.J. Oh mein Gott. Da war so viel los. Wahnsinn. Das weiß ich übrigens auch nicht. Zufällig zu genau diesem Zeitpunkt stand T.J. wieder selbst stark in der Kritik und wie Kinder das so machen, wenn sie gemobbt werden, mobben sie andere. Warum sollte ein T.J., ein Typ, gegen den ich etliche Videos gemacht habe, mir nur helfen wollen? Ich bin literally mit dafür verantwortlich, dass er heutzutage als Cringe angesehen wird. Aber nein, du hast schon recht. T.J. wollte mir bestimmt nur helfen, als er mir sagte, denk mal drüber nach, ohne mir zu sagen, was ich besser machen könnte. Du hast auch nicht mit einer Silbe erwähnt, dass die Nachricht von T.J. cringe und absolut unnötig war. Im Gegenteil, du siehst es ja sogar an, als ob er wirklich nur Gutes wollte. Also ich kann mich da so gar nicht äußern, zu dieser ganzen T.J.-Thematik mit... Also ich kann das nicht kommentieren, wirklich nicht. Ich kann es nicht einordnen, weil ich die Videos nicht gesehen habe, zwischen den beiden. Wie reagiert T.J. auf diesen relativ intelligenten Rat? Ja, das war ein gut gemeinter Rat von T.J., da bin ich mir auch absolut sicher, ganz bestimmt. In welcher Position ist denn ein T.J., um mir privat einen gut gemeinten Rat zu geben? Hast du dir die Frage jemals gestellt? Nee, warum? Aber okay, also die haben privat geschrieben, aber das ist doch schon mal gut. Och, wenn es gegen mich ist, dann muss man das ja nicht hinterfragen, richtig? Und das, obwohl ich es dir schon so einfach gemacht habe und in meinem Video sogar sagte, warum er das gemacht hat. Schon cringe T.J., andere Leute dumm von der Seite anzumachen, nur weil man selbst wieder stark in der Kritik steht. Aber war offensichtlich zu viel von dir verlangt, das zu verstehen. Aber selbst wenn du wirklich glaubst, T.J. wollte mir nur helfen, wäre es nicht trotzdem angemessen gewesen, die Zweifel daran mit anzusprechen? Weil du stellst es in deinem Video als Fakt hin, dass T.J. mir ja nur helfen wollte, ohne den ganzen Kontext mitzugeben, dass T.J. und ich alles andere als Freunde sind. Und das ist entweder ziemlich manipulativ von dir oder mal wieder dumm. Kannst dir wieder eins aussuchen. Junge, Junge, da habe ich aber eine große Auswahl jetzt. Manipulativ oder dumm. Ha. Mal vorstellen, T.J. und ich biefen uns seit einem Jahr und Traymond so, hä? Der will dir doch nur Gutes. Kannst dir die nicht ausdenken. Den nächsten Punkt kann man nicht wirklich chronologisch einordnen, also sprechen wir jetzt darüber. In den letzten Clips ist es euch vielleicht schon aufgefallen, aber falls nicht, Traymond nennt mich im Verlauf seines Videos die ganze Zeit T-Cack. Was ist das bitte für ein armseliges Niveau, mich die ganze Zeit zu beleidigen und sich damit auch noch cool zu fühlen? Und bevor jetzt wieder die ganzen Vollidioten in die Tasten tippen, Kekse... Ich weiß nicht, wie viele Beleidigungen er in den Videos, die wir geguckt haben, rausgehauen hat, alleine in diesen ersten vier Minuten und er sitzt da... Ich werde zurückbeleidigt, okay? Was? Hä? Keine Beleidigung, spart es euch einfach. Was haben Beleidigungen, wie du sie beim... Also im Türkischen bedeutet Kekkeks. Nein, Kuchen. Wir regelmäßig benutzen, bitte mit konstruktiver Kritik zu tun. Du redest doch die ganze Zeit von konstruktiver Kritik und dein Beitrag dazu ist dann, mich zu beleidigen? Zählen wir doch einfach mal, wie oft er mich als T-Cack bezeichnet. T-Cack, 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 T-Cack. Als ob das nicht nach den ersten paar Mal schon ausgelutscht gewesen wäre. Ungefähr so wie fünf bis ungefähr vielleicht auch acht Mal... Fickt nicht zu sagen in diesem einen Video. Das hätte auch einmal gereicht, aber ich weiß ja nicht. Ich finde das so geil, weil er das kritisiert, was er genau selber gemacht hat. Und wir das Video vor einer halben Stunde sogar noch geguckt haben. Es ist so wild. Fassbar mit was für einem Kindergartenniveau ich mich hier befassen muss. Und dann rechtfertigt er sich in den Kommentaren noch dafür. Sagst du die ganze Zeit T-Cack? Nicht die ganze Zeit. Wollte TJ und T-Tech nicht verwechst tüllen. Ach ja wirklich. Warum sagst du das dann auch an Stellen, wo es überhaupt nicht um TJ geht? Sprich an Stellen, wo es überhaupt keine Gefahr gibt, dass man das verwechseln könnte. Und warum schreibst du es dann in dein Thumbnail? Und in einem anderen Kommentar sagst du dann, dass du das mit Absicht machst, weil ich ja die ganze Zeit keckige Takes raushauen würde. Widerspricht zwar der Aussage, du würdest mich aufgrund der Verwechslungsgefahr zu TJ so nennen, aber gut, man kann sein Argument ja anpassen, je nachdem mit wem man spricht. Mal ein kleiner Tipp von mir, Traymond. Werd mal erwachsen und lass dir von Firegooden die Argumentationspyramide erklären. Ich wette, da findest du nie... Lass dir die Argumentationspyramide auch nochmal gerne erklären, nachdem ich jedes Video, jedes Video bisher, was ich geguckt habe, in der logisch-trongenten Argumentation auseinandernehmen konnte. Ohne großartig nebenbei zu recherchieren. Ich meine ja nur, Glashaus, Steine... ...nirgends den Punkt beleidigen. Und dass du dich dann noch in deinem Video dahinsetzt und von konstruktiver Kritik laberst, ist einfach nur noch lächerlich. Wenn man nicht mal weiß, wie man sich selber reflektieren sollte und so allergisch auf die Aufforderung zur Selbstreflexion tendiert, würde ich behaupten, ist die Person gar nicht in der Lage, konstruktive Kritik zu äußern, weil sie nicht begreift, warum man konstruktive Kritik äußert und was das zur Folge haben sollte. Okay, also erst mal, wer zur Hölle sagt, denn ich hätte nicht selbst reflektiert. Du... Boah, ist das schlecht gealtert. Ich finde das so... Ich meine, überlege ich mal, er sagt, er wäre reflektiert. Er hat diese Feminismus-Videos vor zwei... Also im Zeitraum von vor Monaten bis hin zu zwei Jahren zurückgemacht und die sind immer noch online. Und dann haut er noch ein Schuld-Take raus, dann haut er das Take von vor vier Wochen raus. Es ist so wild. Und Real Talk zu sagen, ich habe das reflektiert und da gibt es keine konstruktive Kritik dran. Aber wie viele Leute sollen es denn noch sagen? Und auf verschiedenste Weisen erklären, wie viele. Was glaubst du denn, wer du bist, darüber urteilen zu können? Weil ich mich nicht öffentlich dazu geäußert habe? Kann Selbstreflexion also nur dann stattfinden, wenn man sich danach auch öffentlich dazu äußert? Spoiler! Reflektiertes Verhalten zeigt eine Verhaltensänderung. Du hast dein Verhalten null geändert, sondern genau so bisher weitergemacht. Nichts hat sich geändert. Die Tatsache, dass du über etwas nachdenkst, einfach nur, reicht nicht. Dazu gehört, lösungsorientierte Gedankengänge haben, Optimierung anstreben wollen und das in seinem Handeln zukunftsperspektivisch auch umzusetzen. Das hat an keiner Ebene über zwei Jahre hinweg stattgefunden. Bis zum heutigen Tag, es ist jetzt der 26.04.2024, nicht. Bedeutet, man muss kein Video machen, das Handeln zeigt, ob etwas angekommen ist oder nicht. Und das ist gar nicht gut gealtert. Gar nicht. Das ist das, woran man Reflexion erkennen würde. Die ist hier einfach nicht zu erkennen. Zumindest nicht auf der öffentlichen Bühne, weil du das gleiche Verhalten, die gleichen Aussagen oder noch schlimmere Aussagen wie zuvort triffst. Ich habe selbst reflektiert und ja, das kannst du nicht wissen, den Punkt gebe ich dir. Aber dann setz dich nicht in deinem Video öffentlich dahin und behaupte das Gegenteil, wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Wie sagt man so schön, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Vielleicht ab und zu mal gut tun, dann würdest du nicht so viel Bullshit labern. Zum anderen Das ist so ironisch, ne? Du blendest doch selbst ein, was konstruktive Kritik ist. Bei konstruktiver Kritik geht es nicht nur darum, ein Problem zu thematisieren. Es geht darum, es gemeinsam zu lösen, was TJ nicht gemacht hat. Der Kritiker bezieht sich im Gespräch immer konkret auf ein problematisches Verhalten, was TJ auch nicht gemacht hat und gibt seinem Gegenüber Anregungen, wie er sein... Ach so, wir sind jetzt auf einmal bei TJ. Ich dachte, es geht um ihn und seine Videos. Ich bin jetzt so verwirrt gerade. Hä? ...ein Verhalten ändern kann. Auch das hat TJ nicht gemacht. Also, sag mir noch mal, in welcher Welt war das konstruktive Kritik? Er hat das ja nicht mal gemacht, als ich ihn genau danach gefragt habe. Außerdem tust du in deinem Video die ganze Zeit so, als ob ich mega kritikunfähig wäre. Aber dann findet man in den Kommentaren das. Yo, T-Tick hat jetzt auf dieses Video reagiert. Ein paar Kritikpunkte nahm er an und einen Kritikpunkt hat er etwas entkräftet, wobei er auch da Kommunikationskritik annahm. Ähm, bisschen falsch dargestellt, Lord Cario. Klingt ja fast so, als ob sein Video voll okay gewesen wäre. Das war es nicht. Und ich hab auch nicht nur einen Punkt entkräftet, ich hab alle seine Punkte entkräftet. Sein Video war die größte Rotze, die jemals gegen mich produziert wurde. Und der... Bis jetzt. ...deran. Es gibt noch Marcellus Wallace. Wie lange will er noch über die TJ-Nachricht sprechen? Ablenkung. Das ist halt eben sich nicht mit dem eigentlichen auseinandersetzen. Das ist Ablenkung. Massivste Fokussierung auf etwas, was wenig mit der eigentlichen Thematik zu tun hat. Das ist typisches Verhalten. Das ist recht üblich. Auf jeden Fall antwortet Traymond dann auch darauf. Tatsächlich. Kritikfähigkeit hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Ach echt. Ist ja fast so, als ob du mich überhaupt nicht kennst und gar nicht dafür qualifiziert bist, Urteile über mich zu fällen. Hätte ich natürlich trotzdem nicht davon ab. Haufenweise dämliche Ver... ...qualifiziert. Muss ich jetzt den Bachelor auf Schwurbel gemacht haben? Vermutung über mich aufzustellen und sie als Wahrheit zu präsentieren. So wie hier. Er, und das ist etwas, was gerade in den letzten Videos sehr, sehr deutlich wird, benutzt Kritik lediglich, um andere in den Fokus zu stellen, um von sich und seinem unglaublich problematischen Leben, was er anscheinend auch nicht mag, weil sonst wird ja nicht 24-7 darüber jammern, abzulenken. Um sich selber besser zu fühlen. Krise... Das ist nicht gerade passiert. Hab ich das... Ich hab das auch vor 30 Sekunden das Gleiche gesagt, oder? Dass es halt Refokussierung und Ablenkung ist. Ich kenne das Video wirklich nicht, Freunde. Ich guck das gerade zum ersten Mal. Also erstmal stimmt es schon gar nicht, dass ich nur Kritik äußere, um von meinen Problemen abzulenken. Ich hab schon Meinungsblocks gemacht, wo ich der glücklichste Mensch auf dem Planeten war, wo es mir nicht hätte besser gehen können. Du kleiner Hobbypsychologe kennst mich nicht und du kennst auch nicht mein Leben, also urteile nicht darüber. Du biederst mich so dermaßen an, wie selbstgefällig du da sitzt und auch... ...reinem Hass heraus Vermutungen als Fakten darstellst. Wenn sich einer löschen sollte, dann bist du das. Zum anderen, ich heule 24-7, weil ich ein Video darüber gemacht habe, dass ich einsam bin und darunter leide und darum... Excuse me, Sir? Hat er den Realitätsbezug zu seinen eigenen Videos vergessen? Verloren? Vergesst nicht? Was ist passiert? Wie ein Video. Nee, er kann das wirklich nicht in Kontext setzen. Oh Gott, das tut mir irgendwie schon fast ein bisschen leid. Daraus leitest du ab, dass ich 24-7 rumheule, dass mein Leben ja absolut miserabel sein muss und ich deswegen andere Leute kritisiere? Und an der Stelle möchte ich auch noch mal kurz anmerken, wie toxisch das eigentlich ist. Denk mal drüber nach. Man kritisiert die ganze Zeit, dass Männern ja beigebracht wird, dass sie keine Gefühle zeigen sollen und sowas. Und dann sagt man, das führt zu toxischer Männlichkeit und so weiter. Aber ich rede einmal in einem Video darüber, dass ich einsam bin und darunter leide... Ja, das ist jetzt aber auch ein schönes neues Framing für dich selber, weil du sagst explizit, dass Frauen daran schuld sind. Es wird sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Es ist egal, wie komisch ich darüber gesprochen habe oder wie wenig ihr damit relaten könnt. Also, ich erinnere mich an das Video so, dass Frauen viel höhere Chancen haben als Männer und irgendwer hatte 4000 Likes auf LaVou und er nicht. Aber ihr habt euch über mich lustig gemacht, als ich über meine Gefühle gesprochen habe. Ja, weil du die ganze Zeit einem anderen Menschen die Schuldzuweisung ausgesprochen hast, dass du Single bist. Das ist das Problem. Ich bin mir beigebracht, nicht mehr über meine Gefühle zu sprechen. Ihr seid das Problem. Und? Oh mein Gott. Chat, wir sind das Problem. Da steht's. Hier, das Problem bist du, Jule. Das Problem ist K-Girls. Das ist Karboldi. Das ist Evelina. Nee, Evelina ist das fetteste Problem. Nee, ich bin das fetteste Problem. Direkt darüber ist Evelina. Trace hier unten so scheiß auf den. Jeder, der sich über mich lustig gemacht hat, ist das Problem. Jeder einzelne von euch. Ihr habt mir alle beigebracht, dass ich nicht über meine Gefühle reden kann. Ja, okay. Weil sobald ich das mache, macht man sich über mich lustig. Aber ja, ich hab daraus gelernt. Ja. Ich werd nicht mehr über meine Gefühle sprechen. Doch. Ihr habt es geschafft. Ihr habt eine weitere Person einen Schritt näher zur toxischen Männlichkeit hingebracht. Nee, 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 da warst du schon. Wir haben dich nur darauf hingewiesen, dass das da ... Oh, ist das furchtbar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 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 Oh, guck mal. So deep Weizenfeld. When the west wind moves upon the fields of Bali ... ... das nächste Mal, wenn jemand über seine Gefühle spricht, sich nicht über diese Person lustig zu machen, sondern egal wie komisch ihr das findet, der Person beizustehen und für sie da zu sein, anstatt sich drüber lustig zu machen. Um ehrlich zu sein, ich persönlich hab ja das Video erst jetzt diese Woche gesehen und ich kann dir kurz erklären, mein persönliches Interesse für dich da zu sein hat sich da sehr in Grenzen gehalten, weil du mir die ganze Zeit die Schuld daran gegeben hast, dass du irgendwie socially awkward mit Frauen bist. Also vielleicht redest du über deine Gefühle und gibst nicht allen anderen Menschen die Schuld an deinen Schwierigkeiten. Vielleicht sind dann auch andere Menschen offener, dir einfach nur zuzuhören, weil wenn du jemandem die Schuld für etwas gibst, bringst du die Person automatisch in eine Position, wo sie sich verteidigen muss. Also ich meine, ich bin Autistin, ich bin Autistin, ich hab so viele Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen, so viele Unsicherheiten, wo ich nervös werde, einen Stresszustand erfahre, vor allem wenn ich fremden Leuten begegne und so weiter und so fort. Aber selbst ich verstehe das, das ist so ein einfaches Prinzip. Wahnsinn. Das Video ist schon kein Griff ins Klo mehr, es ist reiner Hass. Du hasst mich und das ist auch vollkommen in Ordnung, kannst du ja machen, ist mir scheißegal. Ja, das ist so egal, dass ich jetzt erstmal 16 Minuten mich hinsetze und 8 Minuten über TJ rede. Aber hör auf, so ein Bullshit über mich zu labern und Lügen zu verbreiten. Stell deine verachtenswerten Vermutungen gerne privat auf, ist mir kackegal, aber stell sie nicht in der Öffentlichkeit als Fakt hin, nur weil du mich nicht leiden kannst. Und im nächsten Punkt geht er auf mein Shitstorm ein. Und dreimal dürft ihr raten. Natürlich labert er auch da wieder Müll. Dass das anscheinend nicht etwas ist, was Opfer sich selbst sagen, was in den Kommentaren zu dem Video ihm hinlängst erklärt wurde, warum sein Take zu der Thematik... Oh, das ist so schlecht gealtert. Das hat er in seinem Entschuldigungsvideo auch aufgearbeitet und dann gesagt, bei der Person entschuldigt er sich und bei den Leuten halt explizit nicht, weil die waren gar nicht angesprochen. Ist mir egal, dass ich dich mitverletzt hab. Und mit... Mit... Retraumatisiert hab. Ist mir egal. Ich entschuldige mich bei dir nicht. Bei dir nicht! In der Art und Weise unglaublich widerlich ist, müssen wir an der Stelle nicht diskutieren. Kurzer Disclaimer vorab. Ich möchte hier die Aussagen, die ich damals in dem Video getätigt habe, nicht verteidigen und auch nicht reproduzieren. Darum geht es nicht. Mit diesem Part will ich nur... Ja, das machen wir dann in dem sch... Video vier Monate später. Das ist alles so schlecht gealtert. Junge, 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 Junge! Aufzeigen, dass sowohl sehr viele meiner Kritiker als auch Traymond nicht in der Lage sind, das, was ich wirklich gesagt habe, richtig zu verstehen. In meinem Video habe ich damals ganz bewusst nie über Vergenusswurzelungen gesprochen. Nicht die Schuld zugewiesen und auch nicht gesagt selbst schuld. Und ich habe auch klargestellt, dass ich nicht allen Opfern solcher ekelhaften Straftaten eine Teilschuld zuspreche, sondern dass es auf den Kontext ankommt. Ich gebe dir keine Teilschuld, aber im richtigen Kontext gebe ich dir eine Teilschuld. Es ist Comedy. Es ist einfach nur noch Comedy. Und vor allem habe ich auf gar keinen Fall niemals über eine Teilschuld bei Kindern gesprochen. Nochmal, es spielt keine Rolle, ob ich das mit der Teilschuld jetzt noch so sehe oder nicht. Wirklich nicht. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den Kommentar an. Das ist so schlecht gealtert. Das ist so, 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 so schlecht gealtert. Das Video ist fünf Monate alt und er hat so reflektiert, er hat ja schon jetzt mehrfach gesagt, dass er das sehr reflektiert, dass er zu dem Schluss gekommen ist, zu dem logischen Rückschluss. Ja. Ja. Ja, das ist, das ist der Kommentar, den ich nehme. Und dann sage ich, ja, sowas meinte ich natürlich nicht. Aber wenn du dich jetzt davon verletzt gefühlt hast, ist es auch irgendwie dein Problem. Weil ich entschuldige mich nur bei den anderen. Junge, Junge, Junge. Es tut mir leid, dass du solche Erfahrungen machen musstest. Wirklich. Kein Mensch und vor allem kein Kind sollte solche Sachen jemals erleben müssen. Richtig. Soll ich dir was sagen? Du, beziehungsweise dein Vorfall war schon damals, als ich das Video gemacht habe, niemals mit gemeint, als ich von einer Teilschuld sprach. Es geht in deinem Fall um mehr als Belästigung. In meinem Video habe ich aber nur von Belästigung gesprochen. Zweitens. Du warst ein Kind. Ich habe nie über Kinder gesprochen. Drittens. In der Situation wäre selbst als erwachsene Frau keine Naivität im Spiel. Er checkt nicht, dass durch das, was er gesagt hat, trotzdem Opfer in Massen sich adressiert gefühlt haben und es sie getriggert hat. Und er setzt sich dahin und sagt, ja gut, so habe ich es aber nicht gemeint. Hör doch mal richtig zu. Das ändert nichts an der Tatsache. Er versteht das Prinzip eines Triggers auch einfach nicht. Spiel, die eine Teilschuld rechtfertigen würde. Nochmal, ich spreche gerade als das Ich zu dem Zeitpunkt meines damaligen Videos, nicht als mein jetziges Ich. Davon abredest du von Schuld, was ich in meinem Video sowieso nie gesagt habe. Ich sagte, dass es auf den Kontext ankommt. Und natürlich kommt es dabei auch auf den Kontext an. Man kann nicht sagen, oh, du wurdest begrapscht. Du warst aber auch mit Minirock spazieren. Da brauchst du dich nicht wundern. Weil der Kontext eines Clubs zum Beispiel ist ja ein ganz, ganz anderer. Man weiß, wofür 99% der Männer dort hingehen. Das heißt in... In dem Szenario muss man eher damit rechnen, als beim Spazieren gehen. Und das ist, was viele Opfer solcher Straftaten, die dann später meine Hater wurden, nicht verstanden haben. Sie haben sich ganz pauschal angesprochen und ange... Wow, er hat damals ja schon eins zu eins dasselbe gesagt. Aber er hat reflektiert. Begriffen gefühlt, obwohl ich sie nie mit gemeint habe, als ich von einer Teilschuld sprach. Das soll auch keine Kritik an die Kommentarschreiber sein. Überhaupt nicht, weil es ist meine Schuld, dass sie das so nicht verstanden haben. Das Video geht nämlich keine 15 Minuten und das mit dem Kontext sage ich erst anderthalb Minuten, bevor das Video endet. Die meisten hatten da wahrscheinlich schon den Kommentar geschrieben und abgeschaltet. Dass du, Tramit, aber ein geskriptetes Video machst und dann das gleiche falsche Narrativ weiter verbreitest, zeigt, dass du es entweder mit Absicht gemacht hast, weil du mich wieder falsch darstellen wolltest, oder du hast es mal wieder nicht wirklich verstanden, weil du nicht... Geskriptetes Video! ...die Hirnkapazität besitzt, um es zu verstehen. Du kannst es dir gerne mal wieder auf... ...darstellen wolltest, oder du hast es mal wieder nicht wirklich verstanden, weil du nicht die Hirnkapazität besitzt, um es zu verstehen. Du kannst es dir gerne mal wieder aussuchen. Manipulativ oder dumm. Es gibt sogar noch eine dritte Option. Du hast es genauso vorher abgeschaltet, aber das würde heißen, dass du ein Video kritisierst, was du nicht mal komplett geschaut hast. Das würde dich zu einem schlechten Meinungsblogger machen. Und auch im nächsten... Nächsten Punkt. Wie viel Lack hast du bitte gesoffen, um so einen Bussche zu labern? Ich kann mir nicht vorstellen, wie man... Junge, Trey einfach größer Lachsäufer, ja? Trey frühstückt einfach immer Lachs-Sahne-Soße. Das sollte mittlerweile wirklich allen klar sein. ...so unglaublich unempathisch sein kann, so ein Video hochzuladen und zu glauben, dass das in irgendeiner Weise gut gefunden wird. Wäre ja jetzt blöd, wenn ich in den ersten Sekunden meines Videos schon gesagt habe, dass das ein Shitstorm auslösen wird. Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Er hat selbst... ...sitzt da da gerade und sagt, tja, ich habe ja gesagt, es wird ein Shitstorm auslösen. Und es hat ein Shitstorm ausgelöst. Was ist das denn für ein Flags, Mann? Ich kann ja einfach gegen Riese und Stay schießen, indem ich die Wahrheit ausspreche, die keiner wahrhaben will. Also wie... ...kommst du bitte auf die Idee, zu behaupten, ich hätte gedacht, es würde gut ankommen? Spricht ja dafür, dass du das Video... Ich bin sein nächstes Opfer, ich sehe das schon. Diese Frau hat mich ausgelacht. Spricht ja dafür, dass du das Video wirklich nicht geschaut hast, bevor du es kritisiert hast. Und direkt danach, der nächste Satz ist auch wieder eine Lüge. Wie aber hat er als Meinungsblogger und Mensch der aller anderen Menschen kritisiert, auf die Kritik den Shitstorm reagiert? Gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Es gab keine Reaktion auf den Shitstorm. Aber ich wette, du weißt es mal wieder besser. Lass mal hören. Auf die Kritik den Shitstorm reagiert. Er kritisiert KuchenTV. Nein, das war nicht die Reaktion auf den Shitstorm. Ich habe ganz normal ein Video gemacht. So wie ich es immer vorher auch schon gemacht habe. Ich bin Meinungsblogger. Das ist mein Job. Nur weil das chronologisch nach dem Shitstorm kam, heißt es nicht, dass es automatisch eine Reaktion darauf ist, du Genie. Wirklich nichts von dem, was aus deinem Maul kommt, ergibt auch nur... Maul? Oh! Oh! Und danach kommt auch noch so viel Bullshit und ich kann das nicht alles an einem Stück. Aber bevor das Video endet, will ich hier noch eine klare Ansage an Trainings machen. Es gibt einen Teil 2? Es gibt einen Teil 2? Da hört es nicht auf. Gab es noch? Warte, Moment. Es kann ja sein, dass er gesagt hat, es gibt einen Teil 2, aber der kam nie. Sag mir, es gab einen Teil 2. Nein? Oh. Er hat ein neues Video angekündigt? Wo? Und er will gegen alle austeilen? Vielleicht komme ich auch vor. Diese Lehrerin! Sind nur Gerüchte. Achso. Denn er hat nicht nur in seinem Video ein absolut ekelhaftes Verhalten an den Tag gelegt, sondern auch in den Kommentaren. Dort habe ich folgendes gefunden. Sigmann schreibt, das ist übrigens der Typ, der dieses 50 Minuten Video gegen mich gemacht hat. Haha, strammes Ding. Zu deiner Aussage kurz vor dem Ende. Hätte durchaus das Material, um in seinem Leben rumzustochern. Bei mir haben sich Leute gemeldet und mir Dinge erzählt. Ist nur leider unter meinem Standard und Niveau dieses Atominem Zeug. Aber amüsant war es definitiv. Interessant finde ich ja auch, dass es unter seinem Niveau ist, diese privaten Infos aus meinem Privatleben zu verwenden. Aber damit anzugeben, sie zu besitzen, ist nicht unter seinem Niveau. Was seid ihr für ekelhafte Menschen ohne Witz? Aber es kommt noch besser, denn Trailmit hat darauf geantwortet. Ich komme nach seinem Antwortvideo gern auf dich zurück. Wer hat euch absolut ekelhaften Menschen bitte ins Hirn geschissen? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Trey doxen würde oder so. Nee, voll nicht, Mann. Was hast du dann mit den Infos vor Trailmit? Sie veröffentlichen oder geilst du dich einfach nur daran auf, irgendwas Negatives aus meinem Privatleben zu wissen? Merkst du nicht, wie absolut ekelhaft dieses Verhalten ist? Macht ihr euch dann in eurem privaten Umfeld darüber lustig oder was über mein Privatleben? Wie miserabel muss denn euer Privatleben sein, dass ihr euch über mein Privatleben lustig macht? Er hat vergessen zu erwähnen, dass Thomas versucht hat, auf den Discord und den Neurodivergant-Kanal zu kommen. Also, eigentlich ist es nicht notwendig. Also, let's be honest, das ist ja überhaupt nicht notwendig. Da ist so viel Scheiße öffentlich, was will man dann noch mit Privat... Also, da kann Privat doch nichts mehr schlimmer sein, oder? Habt ihr darüber nachgedacht, dass eine Medaille zwei Seiten hat? Haben die Leute auch erzählt, was sie Schlimmes gemacht haben? Habt ihr jemand mal darüber nachgedacht, dass das Schlimme, was ich eventuell gemacht haben soll, vielleicht eine Reaktion auf irgendwas Schlimmes war, was die gemacht haben? Oder werdet ihr widerlichen Menschen einfach nur blind, wenn es um irgendwas Negatives über eure Feinde geht? Du bist nicht mein Feind. Ich kenn dich nicht. Du bist mir an sich als Privatperson absolut egal. Ich sag das nur schon mal klar. Das, was mich wütend macht, nur damit es klar schon mal differenziert und in der Öffentlichkeit ist, das, was mich wütend macht und worauf ich reagiere, sind deine Äußerungen, deine mangelnde Fähigkeit, das wirklich zu reflektieren, drüber nachzudenken und dann vier Monate später die gleiche Scheiße oder noch schlimmere Scheiße zu reden, ist kein Reflektieren. Als über zwei Jahre kein bisschen Progression zu sehen in der Öffentlichkeit. Es sind so viele Videos, längere Videos, wie du selber sagst, du hast sie gescriptet, du selber. Du lädst es dann hoch und dann machst du 20 Videos, die nicht besser sind, dann vergehen ein paar Monate und dann lädst du nochmal ein Video hoch. Dann hältst du noch einen Stream, da kommen ganz absurde Sachen nochmal. Da ist so viel öffentlich. Also ich persönlich brauche nichts von dir als Privatperson. Ich will aber nichts von dir als Privatperson. Und bevor das heißt, es ist Hass oder Mobbing, ist das, was du da versuchst über Videos, ist einfach nur gegen Feminismus und gegen Frauen zu schießen, die sich für Interessen von Frauen interessieren. Oh wow! Und dann sagst du damit, möchten wir, und ich fühle mich durchaus damit angesprochen, Männer fertig machen. Nein! Ich persönlich habe kein Interesse, aber du hast es dir rausgenommen, das so darzustellen, als wenn Personen wie ich, Personen, die feministisch aktiv sind, so drauf wären. Der Feminismus, eine komplette Pauschalisierung. Dann brauchst du dich über den Backlash nicht zu wundern. Tu das bitte dann nicht als sonst was ab. Alles, was ich in meinen Videos, na klar, ein paar Gags, ein paar Memes und so weiter. Aber meine Kritikpunkte beziehen sich auf Quellen, auf logische Argumentationsstruktur und so weiter und so fort. Und da ist durch die Bank weg ein halt Versagen. Und euch, alle beide, haltet euch aus meinem Privatleben raus. Ich werde jedes Wort, das ihr über mein Privatleben veröffentlicht, augenblicklich, sofern möglich, abmahnen. Kritisiert meine öffentliche Person für das, was ich sage, für das, was ich mache, überhaupt kein Problem. Aber haltet mein Privatleben daraus, hört auf mich zu beleidigen und hört auf Lügen über mich zu verbreiten, sonst werde ich das in Zukunft nicht mehr mit Internetvideos regeln. Danke, dass ihr das mit mir geschaut habt. Liebe geht ganz fett an Trey raus, auch wenn sie natürlich überhaupt nicht verdient hat, weil er ist eigentlich ein mieser, dreckiger Lügner, das wissen wir alle. Aber trotzdem, einfach nur aus Mitleid, okay? Lasst auch hier gerne ein Abon, ein Like da, Küsschen aufs Nüsschen. Eure Lehrenfrau.